Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei TauTV bei Keep Talking and Nobody Explodes. Der Kiff ist natürlich auch wieder dabei. Jawollo, die Woche klappt es. Diesmal sollte es definitiv klappen mit Pick Up The Pace 3 der Bombe 5.5 No Time. 1 Minute 30, 4 Module haben wir Zeit. Beziehungsweise 1 Minute 30 haben wir Zeit für 4 Module. So, die Bombe wird gerade gestartet. Und es geht los mit, äh, da ist gar nichts, äh, Kabeln. Ja. 3, 3. 3, es gibt kein rotes. Richtig. Durchtrennen Sie das zweite Kabel. Okay, ähm, äh, 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 Symbole, 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 Entschuldigung. Ja. Äh, Kronleuchter, Notenschlüssel, 3 verschnörkelt, äh, Smiley mit Zunge. Ähm, nochmal die Symbole. Kronleuchter, Notenschlüssel, 3 verschnörkelt, Smiley mit Zunge. Okay, Kronleuchter, Smiley, Notenschlüssel, 3. Äh, gelber Abort-Knopf. Gelber Abort-Knopf. Eine Minute noch. Gelber Abort. Blau Abort, gibt mehr, sagt nein. Weiß, gibt mehr, sagt nein. Gelb. Äh, drücken, gedrückt halten. Blau. Blau, 4. Alles klar. Äh, Wörter. U-A, zwei Wörter. 40 Sekunden. U-A. Rechts unten. Nothing. Lies einfach weiter, lies einfach. U-3 mal H. Right. Ja, weiter. Warte, 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 warte. Äh, LED, LED, LED. LED. Links, Mitte. Right. R-I-G-H-T. 20 Sekunden. Yes. Nothing. Ready. Press. No. Wait. What? Ohne Fragezeichen? Ja. Right. 10 Sekunden. Oh Gott. Ähm. Nichts, nichts, nichts. What? Fragezeichen. Links unten. What? Fragezeichen, what? Fragezeichen. What? Fragezeichen. Schnee. U. Hold. Ah, nein. Ja, mit Apostrop. Jetzt sag mir bitte nicht, das U war nur das U. Ne, Y und U. Oh gut, ich dachte, wenn es nur das U gewesen wäre, ich war kurz davor, drauf zu drücken. Aber die Zeit ist uns entglitten. Oh, kack, ey. Oh, das ist einfach echt krass. Das ist einfach echt krass. Komm, ich starte gleich wieder neu. Keine Zeit verlieren. Wir schaffen die definitiv in der Folge. Ähm. Oh Gott, was ist das denn? Knöpfe, große Knöpfe. Äh, blauer mit Hold. Blauer mit Hold und blauer mit Detonate. Mhm. Okay, äh, beide halten und gedrückt halten. Weiß. Weiß ist eins. Und... Weiß. Eins. Hä? Dann war der blaue mit Detonate falsch. Weil da war auch nochmal weiß. Und da habe ich gleich wieder losgelassen, als eine Eins war. Genau bei eine Minute zehn. Ach, scheiße. Jetzt noch was mit Batterien. Ah, Mist. Okay, gleich nochmal. Gleich nochmal. Okay. Ja, man verliert da natürlich... Symbole. Man verliert da natürlich so ein bisschen... Ja, leg los. Ne, ähm... Kerzenständer, A, E. E nach links. Großes N mit Schnörkel. Kerzenständer, A, E. E nach links. Großes N mit Schnörkel. E nach links. A, E. Ja. Kerzenständer, N. Ja, gut. Wieder große Knöpfe. Roter mit Hold. Weißer mit Press. Roter mit Hold. Äh, drücken sofort wieder loslassen. Weißer mit Press. Weißer mit Press. Weiß, 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 weiß. Weiß, es gibt... Äh, 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 das haben wir nicht. Okay, drücken, gedrückt, halten. Blau. Blau ist vier. Alles klar, Labyrinth. Ähm, eine Markierung ganz unten, der dritte von rechts. Ganz unten, der dritte von rechts. Äh, ja, wo bist du? Und, äh, ich bin ganz links, ähm, der zweite von unten. Ja. Und ich muss, äh, dritte von links, ähm, dritte von oben. Okay, äh, eins, zwei, drei nach oben. Weiter. Eins, zwei, drei rechts. Weiter. Runter links. Geschafft, 20 Sekunden. Huh. Ja. Yes. Kev, du hast es drauf. Hammer. Super gemacht, ganz klasse. Hammer, hammer, hammerhart. Alter Schwede, ey. So, weiter geht's. Also, sechs Module, 30 Sekunden. Äh, one with everything. 5.6, das ist die letzte aus Sektion. Fünf. A true test of teamwork that requires all-around competence. Ja. Verstehst du? Mhm. Kompetenz. Wow. Ich muss mich einmal richtig hinsetzen. Äh, äh. So. Ähm, denn, ähm, wir haben drei Strikes. Das ist ganz okay. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Wir haben sechs Minuten. Ja. Schätz, schätz mal, wie viele Module. Ja, das heißt, dass wir alle Module haben. Haben wir bestimmt irgendwie neun oder sowas. Elf. Äh. Elf Module, sechs Minuten, drei Strikes. Start. Ja. Yeah. Ich freu mich. Alter Schwede, das wird echt hart. Das wird richtig hart. So, wir fangen an mit, äh, Kabel. Ja. Fünf. Äh, letztes Kabel schwarz. Nein. Exakt ein rotes. Ja. Mehr als ein gelbes. Nein. Keine schwarzen. Doch. Äh, erstes Kabel durchdrehen. Symbole. Kerzenständer. Zeh nach rechts. Notenschlüssel drei geschnörkelt. Genau, in der Reihenfolge drücken. Oh Gott. Kerzenständer. Zeh nach rechts. Ja. Notenschlüssel drei. Okay, roter Detonate. Roter Detonate. Hier war irgendwas mit Detonate. Ist mehr als eine Batterie da? Ja. Dann drücken direkt wieder loslassen. Okay, Wörter. UR. 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 Links oben. Wait. Wait. U dreimal H. Ja. No. Okay. Yes. Links Mitte. UH, UH. UH, UH. UR. Ja. U. Okay. Äh, Lied. L-E-E-D. Links unten. UR mit Apostroph. U Apostroph R-E. Y-U-U. Nein. Äh, UR mit Apostroph. Ja. Ähm, Simon Says. Äh. Simon Says. Haben wir einen Vokal? Nein, nein. Doch, 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 doch. Doch, haben wir. Wir haben einen Vokal. Gut. Und Rot. Rot, Blau. Rot, Grün. Blau, Gelb. Rot, Grün, Rot. Blau, Gelb, Blau. Rot, Grün, Rot, Blau. Blau, Gelb, Blau, Rot. Alles klar. Ähm, 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 Kabel von 1 nach B und so weiter. Ja, scroll ich hin. Ach du Heilige. Boah. Bin soweit? Äh, Rot nach B. Nicht durchtrennen. Nicht durchtrennen. Rot nach B. Durchtrennen. Äh, schwarz nach B. Durchtrennen. Wir müssen Gas geben. Wir müssen richtig Gas geben. Blau nach A. Nicht durchtrennen. Schwarz nach A. Durchtrennen. Rot nach B Äh, nicht durchtrennen Blau nach C Durchtrennen? Schwarz nach B Durchtrennen? Schwarz nach B Nicht durchtrennen Alles klar, Kabel mit Stern und LED Blau, Rot, Stern Blau, Rot, Stern Blau, Rot Stern Haben wir einen Parallelport? Boah, äh, ja Dann durchtrennen Rot mit Stern Rot, Stern, durchtrennen Blau mit Stern Blau, Stern, nicht durchtrennen Rot ohne was Äh, ähm, letzte Ziffer der Seriennummer, gerade? Äh, ja Durchtrennen Okay, Blau, Weiß, ohne was Äh, mit LED, Blau, Weiß mit LED Blau, LED Nicht durchtrennen Nicht durchtrennen? Dann ist irgendwas falsch Blau mit Stern Warte mal, Stern Ach nee, du hattest mit LED gerade, ne? Ja Dann durchtrennen Entschuldigung, durchtrennen Ja, gut Memory, Memory Mit zwei steht Moment, Moment Ah, falsch Schnell, schnell Schnell Zwei Minuten noch Äh, zweite Position Eins Eins Ähm, Aufschrift vier Dritte Position Vier Aufschrift vier Vierte Position Vier Selbe Position Wie in zwei Das war die Drei Ist ne drei Letzte Ne eins Aufschrift wie ein eins Eins Wunderbar, Passwort Bereit? Sekunde, ich muss noch eben hinscrollen Äh, ja D I U F B T Okay, zweite S W C F P H Okay, mach den dritten auf Vielleicht, dann gucke ich E P W M B H E Okay, ich gucke Ähm, wir haben I I U Ist egal Der vierten war Okay, vierten bräuchte ich auch noch F T Q O X R F T H E R E Schon wieder, das gibt's doch gar nicht Ähm, Moselcode Ja Ähm Ähm, oh Gott, ich hab's doch eben Ah Lang, viermal kurz, lang, glaub ich Lang, viermal kurz Lang Ne, kurz, viermal kurz Ne, warte Doch, lang Viermal kurz Lang Kurz Ne Lang, viermal kurz Lang, lang, glaub ich Sechs Sekunden 3552 Falsch Nein Ey, das ist Das war jetzt auch geraten Das war jetzt so das erste, was ich gesehen hab Oh, diese Moselcords Dinger, ey Die hauen mir echt Voll ein rein Die krieg ich nicht hin Wenn ich sie sehe Kann ich jetzt mal ganz in Ruhe gucken Wenn ich sie sehe, mach ich sie gleich am Anfang Ganz ehrlich Es war meiner Meinung nach Einmal lang Dann viermal kurz Und dann nochmal lang Weiß noch nicht, ob es so ein langen Kurz Ding war Ja, nur lang kann es nicht sein Weil es wäre Das war Trick Und den hab ich dir durchgesagt Okay Das muss dann also Entweder lang kurz sein Lang kurz ist N N gibt es nicht Das ist aber auch so fies Dass sie da keine richtigen Pausen Zwischen machen Dass man das nicht sieht Oder ich bin einfach zu dämlich Das kann natürlich auch sein So Ähm Ich würde die Bombe nochmal neu starten Ja, Moment Ich muss hier meinen Zettel einmal Erneuern Erneuern quasi, genau Wir müssen das auf jeden Fall machen Ähm Dass wir Dass wir unsere Absprachen irgendwie verkürzen Weiß ich nicht Dass ich dir vorher immer schon Sage Was als nächstes kommt Oder irgendwie so Wir müssen mal mal gucken Auf jeden Fall war es knapp Von der Zeit her Also Hätten wir das mit dem Morse-Code noch hingekriegt Also wie gesagt Wenn Morse-Code drin ist Dann machen wir das auf jeden Fall gleich als erstes Okay, ich bin soweit Okay Ich starte neu Ähm Morse-Code ist drin Okay Wo ist die lange Pause? Wo ist die lange Pause? Hä? Hallo Lange Pause Jetzt Lang Kurz 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 Lang Kurz Und dann viermal kurz Lang Wo ist denn der lange? B Ich krieg's nicht geschallert Ich krieg's nicht geschallert Ich krieg's nicht geschallert Wie N Wie N Ist O O ist Lang Kurz 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 Lang Kurz Kurz Ich komm da Ich komm da gar nicht drauf klar Wie doof kann man denn sein? Ich versuch's hier mal so vorzulesen Lang Ja Kurz 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 Lang Kurz Kurz Lang Nee das Man kann das gar nicht unterscheiden Mal leuchtet's lang Mal leuchtet's kurz Das ist voll Lang Kurz 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 Lang Kurz 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 Lang Kurz Kurz Lang Alter Kommst du gar nicht drauf klar? Lang Kurz 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 Lang Kurz Nee Kurz Kurz Lang Mal ist es so ein Mittelding Und mal ist es ein Lang Und mal ist es ein Kurz Ich weiß nicht Ich bin echt Ich glaub ich Viel zu dämlich dazu Lang Wollen wir jetzt einfach rumprobieren? Kurz Wir müssen langsam was tun Ja Sag einfach was 3575 Ist richtig Ähm Symbole Äh Ja C C nach links Handgeschriebenes CL Äh Fragezeichen umgedreht Stern nicht ausgefüllt 10 nach links Handgeschriebenes Stern Äh Fragezeichen Passwort Passwort Bereit? Passwort 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 Ja Äh 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 E V E R Y Äh Memory 3 3 3 Selbe Position U H U H U R Also Blank Rechts Mitte Sure U A Zwei Wörter Nein Done Nein Like Nein You're mit so einem Apostroph Ja Oh Mann ey Read R E R E A D Rechts Mitte What Ohne Fragezeichen Lululululul U 3 mal H Nein What Ohne Fragezeichen Ja Ähm Kabel 6 Kabel Boah Eine Minute Schafft man niemals Äh Äh Sechs Kein gelbes Ja Letzte Ziffer ist ungerade Boah Ähm Ähm Nein gerade Exakt ein gelbes Nein Ne haben wir ja das egal Kein rotes Nein Äh Ja 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 Kein rotes Letzte Kabel durchtrennen Okay Äh Gelber Button mit Press Äh Gelb Drücken gedrückt halten Blau Äh 4 Alles klar Simon Says Ja Haben wir einen Vokal? Vokal Haben wir nicht Haben wir nicht Haben wir nicht Gut Ähm Und ähm Blau 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 Gelb Äh Blau Grün Gelb Grün Blau Grün Rot Gelb Grün Blau Ja Brauchen wir gar nicht das weitermachen 5 Sekunden haben wir noch Und wir haben glaube ich noch 4 Module oder so Okay Wir haben uns Dieses Morsecode Das zieht uns so runter Ich starte gleich neu Ich starte gleich sofort neu Heute noch oder Ja jetzt Jetzt machen wir nochmal Schnell Kommt Ja ja Morsecode 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 Ist es dir wieder hintereinander vor Ja Äh Jetzt Pass auf Kurz 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 Lang Kurz Kurz Lang Und dann kam ich schon nicht mehr hinterher Also ich glaube 5 mal kurz am Anfang Warte Warte kurz 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 Vier mal kurz 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 Lang Kurz 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 Lang 3515 Korrekt 5 Kabel Äh Ach die waren weiter oben 2 gelbe Letzte Kabel schwarz Ja Letzte Ziffer der Serie Nummer Ungerade Nein Gerade Exakt ein rotes Nein Äh Kein schwarzes Doch Durchtrennen Sie das erste Kabel Alles klar Ähm Passwort Bereit Äh Ja B I W R T Q B Nächstes U I M A S A U Nächster K R O Z S G Und dann wieder K Äh Äh Okay Nicht sein Das geht Auch Auch nicht Ist gar nicht so einfach Äh Mach mal 3 T H E Äh T H R E E E Ähm Simon C S S haben wir als nächstes Ne Haben wir nicht Ich hab kein E im vierten Wie soll's noch? Ach, R habe ich noch, scheiße. Dann ist es right. R-I-G-H-T Okay, Simon Says als nächstes. Ja, Vokale? Kein Vokal. Und blau leuchtet. Gelb. Zweimal blau, zweimal gelb. Äh, rot. Blau, blau, rot. Äh, also gelb, gelb, blau. Blau, blau, rot, blau. Gelb, gelb, blau, gelb. Blau, blau, rot, blau, blau. Ja, gelb, gelb, blau, gelb, gelb. Gelb, gelb. Ähm, äh, Kabel von, von 1 nach A und so weiter. Äh, jawoll. Rot nach A. Nicht durchtrennen. Blau nach A. Blau nach, nicht durchtrennen. Blau nach A. Durchtrennen. Schwarz nach B. Durchtrennen. Äh, blau nach C. Nicht durchtrennen. Äh, schwarz nach B. Nicht durchtrennen. Rot nach A. Nicht durchtrennen. Schwarz nach A. Nicht durchtrennen. Rot nach C. Nicht durchtrennen. Rot nach C. Durchtrennen? Wörter. Blank. Ich scrolle. Blank, rechts, Mitte. First. First, 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 first. Left. Okay. Ja, 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 ja. Left war richtig. Ähm, there. T-H-I-R-I. Rechts, unten. What? Ohne Fragezeichen. U dreimal H. Nein. What? Ohne Fragezeichen. Ja, ja, ja. Ähm, C. Einfach nur ein C. Rechts, oben. U. Einfach nur ein U. U-H. H-U-H. Sure? Nein. Next? Ja. What? Fragezeichen? Ja, ja, next war richtig. Äh, Symbole. Großes E nach links. Luftballon. C-L-H mit rechts unten Schnörkel. E nach... E, Luftballon. Ja. C-L-H mit zum Schnörkel. Ja, okay. Memory. Steht eine 4 drauf. Alter, das ist unschaffbar. Äh, steht eine 4 drauf. Vierte Position. Das ist eine 2. 3. Äh, drücken Sie den ersten... den Knopf in der ersten Position. 3. 1. Drücken Sie den Kopf mit derselben Aufschrift wie in 2. 2. Das war die 3. Das war die 3. Zweite Position. 4. Drücken Sie in selbe Position wie 2. Erste Position drücken. 2. 3. 3. 3. Alles klar. Ähm, blauer Knopf mit Detonate. Äh, wie viele Batterien haben wir? Mehr, 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 mehr. Oh, wo ist denn jetzt hingerutscht? Bombe. Scheiße. Rückengereg wieder loslassen. Ja, aber, ähm, lieber Kev, was ich dir dazu nochmal sagen muss. Ähm, wir hatten noch den blauen mit Detonate. Wir hatten noch Labyrinth. Und, und, pass auf, und wir hatten noch das mit den Kabeln mit Stern und LED. Die 3 noch. Ja. Die 3 hatten wir noch. Das ist total krass. Das ist echt richtig krank, das Ding. Alles klar, dafür müssen wir auf jeden Fall früh aufstehen, ganz viel Energy trinken und wach sein. Ja. Vielleicht, vielleicht können wir ja sogar noch, äh, mal schauen, ob wir noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Hier bei unserem Sonnereinsatz kommt man nur in der Bombenentschärfungsszene. Das werden wir dann aber mal beim nächsten Mal schauen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Tschüss.